So, da sind wir wieder zu Binary Domain. Beim letzten Mal haben wir uns durch das Treppenhaus des Todes gekämpft und schauen wir mal, was uns hier erwartet. Oh, ja, neue Spielkameraden erwarten uns hier. Fuck. Ja, danke. So. Ha. Gar nicht so schlecht. Hey. Okay. Erledigt. What the fuck? Bist doch tot, Mann. Bleib liegen. Bleib liegen. Es ist sicherer für dich. So. Wow. Schon wieder geruggelt. Ich weiß es nicht, warum. Wieder. Der Rechner muss ich vielleicht einkriegen. Ich hab keine Ahnung. Egal. Davon lassen wir uns jetzt nicht stören. Warte mal. Okay, okay. Voll nachgeladen ist es. Ach du Scheiße. Oh. Nein. Ja, gehen wir rein. Wow. Dann machen wir das auf die harte Tour. Geh doch. Was für ein Schild. Ich glaube, wir werden die erstmal hier killen. Auslöschen der Feinde abgeschlossen. Ah, ist geil, dass sie sich gegenseitig hier kaputt machen, wenn ich den Kopf abschieße. So, jetzt der auch. Sehr schön. Ich treffe dich nicht, okay. Er kommt schon. Yes. So geht das. Ich bin ganz gut im Zielen wieder. Ich hab mich da so ein bisschen wieder reingefunden. Äh, so. Der Arsch. Yes. Dieser Penner da, ey. Komm schon. Komm hoch. Sieht nicht so aus, als geht. Das kannst du uns nicht ausgeben. Ah, okay. Lass gut sein. Ich werd. Ah, der liegt da noch. Interessant. Du Arsch. Ha. Ich hab dich gelegt. Penner. Ja, komm. Lös dich von der Deckung. War eigentlich gar kein großes Problem hier, ne? Was ist das? Nein. Du lebst noch. Okay. Kein Ding, Mann. Kein Ding, Frau. Natürlich. So. Ähm. Hier gibt's nichts Neues. Ladung hab ich auch schon voll. Aber gut, hier gibt's noch Schilde. Granaten helfen da immer weiter. Na, guck mal. Da müssen wir lang. So. Da kriegen wir auch Punkte für, wenn wir diese... ...wenn wir die legen. Vielleicht finden wir deuter die Forschungsdaten der Seelenlosen. Ha. Alles nutzloser Müll, wenn du mich fragst. Wir könnten ja wenigstens ein paar Hinweise finden. Los, schneller! Das wär doch mal was. Ich seh grad, die Muni wird... ...ist nicht so optimal. Vielleicht wollte ich weiterhin erstmal die... ...das... ...Snipergerätchen nehmen. Natürlich ist das Tor zu! Was machen wir jetzt? Vielleicht gelingt es mir, das Schloss zu umgehen. Bitte warten Sie einen Moment. Oh, oh. Das ist praktisch. So einen will ich auch. Muss ich dich jetzt beschützen? Das Tor ist offen. Ach so. Bitte treten Sie ein. Gut. Ja. War ja einfacher als gedacht. Ich kann mich hier in Deckung legen. Okay. Ähm. Oha. Der Kontrollraum. Katz ihn ab. Ah, Sicherheitsmonitore. Die könnten uns helfen. Einer von uns sollte bleiben und koordinieren. Aha. Dann rennen wir wenigstens nicht blind rum. Genau, das dachte ich auch. Ich weiß schon, wen ich nehme. Den da. Oh. Oh, nee. Ich will sie mithaben und... Kane. Das passt schon. Die gehorchen mir wenigstens. Ich halte euch per Funk auf dem Laufenden. Ja, mach das. Wir treffen uns wieder hier, wenn wir mehr über diesen Ort wissen. In der Zwischenzeit kommt ihr zwei mit mir. Sorry. Da haben wir den Kürzeren gezogen. Hm. Hm. Kane rächt sich darüber nicht so auf. Ah. Ich glaube, der... ...empfindet da gar nichts. So. Wo müssen wir jetzt lang? Ach, da lang. Okay, alles klar. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Eine vollständige Suche würde ewig dauern. Hey, hast du Ideen, wo Daten über die Seelenlosen versteckt sein könnten? Wenn ich laufen könnte, würde ich dir das sagen. Da scheint ein Labor im hinteren Teil des Stockwerks zu sein. Fangt auf mit der Suche an. Im hinteren Teil? Oha. Oh, okay. Was ist das denn? Medikit? Ja, kann ich nicht gebrauchen. Leider. Ich hab schon... Ich hab schon alles voll. Egal. Wir gucken mal da hinten hin. Vielleicht gibt's da irgendwas Interessantes. Nein. Gitter. Okay. Oh, Munition. Das... Das ist wirklich gut. Das hilft mir wirklich gut weiter. So, hier geht's weiter. Ich würd' sagen... Bewegung. Verstanden. Hab verstanden. Sehr schön. Das... Das gefällt mir, wenn die... Wenn die auf mich hören, ey. Aber Shindo, oder wie der heißt, der hat nicht so wirklich Bock, auf mich zu hören. Was haben wir denn hier? Kein zu fordern! Vor dir sind Feinde. Pass auf! Ah, okay. Wo? Hä? Was ist das denn? Echt jetzt? Hey, du kriegst gleich Besuch. Sei auf der Hut. Was ist denn los hier, ey? Oh. War es eine schlaue Idee? Ich weiß nicht. Ja, es ist nicht wahr, oder? Es tut mir leid, Cain. Es tut mir wirklich leid. Aber wie soll ich denn das Teil kaputt machen, ey? Ist nicht mehr da. Okay. Alles klar. So geht's... So kann man es natürlich auch machen, ne? Hier sind Granaten. Äh. Ne, ich falle über die. Die sind ein bisschen cooler. Obwohl, die anderen Granaten können das Ding ablenken, ne? Egal. Gleich ganz in die Luft sprengen ist leichter. Wo ist denn? Ist weg? Woah. Fuck. Shit. Da war er. Haha. Kacke. Yes. Was? War's das? Nein, noch nicht. Tja. So einfach geht das. Einfach mal zwei Granados daran verschwendet, ey. Die eine war dumm. Das gebe ich zu. Die ich da um die Ecke versucht habe zu werfen. Die ist leider abgeprallt. Naja. Oh, es war umsonst. Ist ja super. Da muss ich mir wieder Granate holen. Ich habe nur noch eine. Shit. So, hier, nimm das. Wow. Wow. Danke, danke. Oh. Ah, scheiße. Schieß ich da gegen die Wand, ey. Ey, das gibt's noch nicht. Das Teil ist echt nervig. So. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. So. So, das geht doch. Es geht doch. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt, wo wir lang müssen. War da noch ein Gitter oder konnte man da lang oder... Okay, hier geht's auch irgendwie lang. Diese... Diese Wachroboter sind irgendwie... Sehen total harmlos aus, aber... Äh... Die halten ultra viel aus. Ah, Mann. Hm. Ich habe auch keine Granaten mehr. Das ist doof. Vielleicht sollte ich nochmal zurückgehen. Ja. Echt jetzt? Na, siehst du nichts mehr, oder was? Vollidiot. So, wo haben... Du hast Feinde zu beiden Seiten. Kommst du damit klar? Öh. Ja, schaffen wir. Schaffen wir schon, ja. Ja, komm, nimm das. Ah. Bist du jetzt hinüber? Ja. Sehr gut. Na, komm. Oh, die halten echt teilweise... ...ultra viel aus hier, ey. Und mir geht wieder langsam die Munition aus. Aber gut. Das soll mich jetzt nicht aufhalten, ne? Hier geht's nicht lang, ja? Nicht gut. Vielleicht hier. Natürlich, klar. Warum... Warum auch nicht? Hier müsste es eigentlich weitergehen. Ja. Da ist eine Ecke. So sind da jetzt welche? Nein. Alles klar. Oh, nee. Komm schon. Wirklich? Wieder so eine scheiß Blechbüchse. Ah, kacke. So. Kackvieh. Ja, komm schon. Ah. 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 Äh. Nein, nein. Es geht schon. Aber werd nicht leichtsinnig. Ich hab die Blechbüchse echt kaputt gemacht, ne? Und hab echt wenig Munition. Jetzt noch. Fuck. Ja, komm schon. Kill ihn. Ja, okay. Mach ich das. Gibst du mir nix ab? Nein. Natürlich nicht. Okay. Ähm. Da geht's weiter, ja? Gibt's hier auch noch Munition für mich oder so? Nein, natürlich nicht. Hier ist auch nichts mehr, ne? Nö. Gut. Dann muss ich wohl mit meinem 134 Schuss hier lang gehen. Ne? Ne? Nix? Ne. Aber anscheinend geht's hier weiter. Verschlossen. Kannst du was dagegen tun? Ich? Nein. Kein. Was soll ich denn dagegen tun? Soll ich draufschießen oder was? Ja, ist klar. Ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Nein, das klappt nicht. Verschlossen. Ach, Shindo meinte sie wahrscheinlich, oder? Hm. Danke. Das ist eine schnelle Reaktion. Gut gemacht. Oh, was ist da los? Oh nein, er ist hinter uns her. Wer denn? Hm. Ich seh ja keinen. Aber hier sind natürlich Gegner. Ich geh mal in Deckung. So. Ja, das funktioniert doch. Wunderbar. Au. Scheiß Sniper. Ey, weißt du was? Oh, fuck. Daneben, glaub ich. Fuck. Ich seh nichts mehr. Scheiße. Wieso Rauchgranaten? Echt? Scheiße sagt man nicht. Scheiße macht man. Scheiße. Jetzt hab ich's schon selbst gesagt. Toll. Na, komm schon. Och, komm. Oh. Oh, goddammit. Na, geh da weg. Geh da. Lass mich. Lass mich doch da in die Deckung. Ey, du bist doch. Du bist doch eine Fahrzeuge. Na, geh doch. Penner? Wow, was? Ja, okay. Die hab ich. Mit denen hab ich jetzt nicht so wirklich gerechnet. Nimm das. Oh, Headshot. Das ist geil. Warte mal. Buttshot. Was? Dan, du bist einer. Two Buttshots? Okay. Oh man, wie krank. Ähm. Oh, cool. Sniper Money. Noch mehr Sniper Money. Oh god, mein Bildschirm schaltet. Sieht nicht aus. Danke, danke. In Ordnung. Ja. So ist das. Hier hab ich noch ein bisschen Munition. Ähm. Wo müssen wir jetzt lang? Ich weiß es nicht. Da vielleicht? Ja, klar. Logisch. Logisch. Hier gab's aber nichts mehr, ne? Was haben wir denn hier? Nichts. Ist ne Handfeuerwaffe, okay. Die sind total schnell. Wo sind wir? Zieh dir die ganzen Roboter an. Das muss ein Lagerhaus sein. Selbst mir wird beim Anblick so viel erlebloser Roboter etwas müllig. Ah, diese wieder. Oh man. Ich die hasse, ey. Oh Gott. Die sind echt nervig. Aber halb so schlimm. Ja, Leute. Ich würde sagen, hier machen wir einen kleinen Cut rein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir dieses Roboterlager weiter erforschen. Bye.